Ach, da hinten so ein kleiner. Oh, hier liegt einer. Der hat eine Adrenalinspitze. Oh, Anzughose braun. Oh. Noch eine Jacke. Was soll ich denn damit? Ich guck mal mein Inventar. Ich hab noch drei Plätze. Es wird langsam eng. Ich hab übrigens Gasflaschen. Hast du die auch mitgenommen? Ja. Was ist das? Ein kleines Paket von frisierten bei einem Treffer einen Erlekt. Eine EMP-Granate hab ich noch. Gut. Und was macht das Ding? Aus drüben an einer. Sie können auf den Boden gelegt und beschossen werden, um eine Explosion auszulösen. Oh, Explosionen sind fein. Und Schrotmunition. Ich sortier mal mein Inventar ein bisschen. Ah, fünf so eine Fackeln kann man nur stacken. Aha. Die müssen wir nur die anderen Dinger freischalten. Ui. Ui. Ich bin ein Rebell. Oh. Der Hund sitzt da und wartet auf sein Ende. Hast du da auch hinten reingeguckt, du Schwein? So. Und hast mir nix gesagt? Ja. Natürlich dich. Da ist ja nix drin. Hier ist noch ein bisschen die Lektion. Aber in der roten Küste war bei mir nix drin. Hier ist auch nix drin. Ah, ich beobachte dich. Oh. Oh, hübscher Arsch. Wa? Hübscher Arsch, sagt er da zu mir. Was ist denn? So. Ich bin ein Punk. Ich hab nur Fairglas. Lass mich. Och Gott. Wie süß. Was denn? So. Weiter geht's. Wo hast du die Gesichtsbemalung her? Hä? 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 Die hab ich gefunden. Arschloch. Denn. Ah. Dafür hab ich ein rosa T-Shirt. Ich nicht. Bin Strebe. Das sind zwei, ne? Da hab ich die Kasse Schuhe. Zwei sind da. Oh. Stürb. Die dicken Dinger, die heben wir auf, wenn wir mal, wenn die größeren Viecher kommen. Die kommen ja auch bestimmt bald. So. Level zwei. Was? Ich bin Level eins. Ich hab eben Level zwei gekriegt. Ist. Warte mal. Warte mal. Warte mal fertig. Ritten. Kosten. Ich kann einen Fertigkeitspunkt machen. Technik. Kampf. Überleben. So. Mehr Ausdauer. Visiertempo. Beschleunigt das Zielen durch das Visier. Beschleunigt das Nachladen von Waffen. Was ist wichtiger? Chemiker. Basiswiderstand gegen Gas. Vergrößert die Informationsmenge, wenn ein Gegner durch das Fernglas aufgespürt wird. Schwierigkeit autengegeben. Aha. Erhöht die Rate, mit der sich die Ausweiter regeneriert. Aha. Vergrößert die Distanz, mit der du Wurfgegenstände werfen kannst. Erhöht die Treffergenauigkeit deiner Wurfgegenstände. Was soll ich machen? Was meinst du? Nachladetempo oder Visiertempo? Ich würde sagen Visier. Weil das ist noch ziemlich langsam. Okay. Ich habe Visieren. Jupp. 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 Ich weiß nicht, ob das schneller geht. Ist egal. Ah, Karte. 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 Wir sind hier hier. Das haben wir auch untersucht. Guck mal hier. Wir müssen das systematisch abgraschen. Sind aber noch schön Objekte. Wegpunkt setzen. Ich habe eine 2 gemacht. Kannst du mal auf der Karte gucken, ob die gepasst? Und dann kann ich mal Kaffee trinken. Hä? Warte, warte, warte. Glitch. Was? Übrigens, da vorn ist ein verkehrtes Straßenschild. Und die sind in Steenhager. Da müssen wir hin. Steenhager stand an der Tafel. Und wir kommen aus Uyttervik. Oh, ich würde, weißt du was? Ich würde für mein Leben gerne nochmal wieder Urlaub in Schweden machen. Irgendwann schaffe ich das mal. Dann suche ich mir ein Ferienhaus für eine Woche. Du musst dann bloß deine Fahrkarte bezahlen. Oder wir machen das mit dem Auto. Wir fahren mit dem Auto runter. Dann können wir da mit dem Auto fahren. Warst du schon mal in Schweden? Nö. Das ist geil da. Das müssen wir mal machen. Irgendwann machen wir das mal, ne? Stevi? Okay. Irgendwann. Das planen wir mal. Ach, hier war das mit dem. Was war hier? Äh, da bin ich mehrfach gestorben. Tu, ich habe gelbe Handschuhe. Oh. Du auch? Oh, jetzt wird es aber schön, wenn die Sonne aufgeht. Dreh dich mal um. Und guck mal dir den Boden an so. Das glänzt so schön, ne? Wow. Der Himmel. Der ist, der ist gut. Der ist genial. Aber der gefällt mir jetzt schon. Findest du nicht auch? Guck mal, die Wolken, ne? Das sieht, das sieht richtig schön aus. Wir spielen hier ein Ultra. Mit gelockten 60 FPS. Dann habe ich, glaube ich, auch das Gefühl, dass das mit dem, äh, Unsynchronitäten sich in Grenzen hält. Bei Minecraft hat er wieder zugeschlagen, ne? Ne, bei, bei Forest. Da kann man das, glaube ich, auch nicht einstellen. Ich muss immer drauf achten, dass V-Sync eingestellt ist und 60 FPS. Holzfällerbaracke. Holzfällerbar... Ach, du bist da. Vielleicht sollten wir einfach in die Baracke gehen. Das wäre schlau. Und die Tür zu. Den Kampf eingetreten. Oh, oh, guck mal da unten, ein Pferdchen. Oh, wie süß. Und hier? Geh weg! Als ob. Ich bin unmöglich, ne? Was ist denn das für ein Schalldämpfer? Für Faustfeuerwaffen. Ah, jetzt habe ich endlich einen Schalldämpfer auf meiner Pistole. Ich bin ein Modder. Deine Modder. Aber ganz viel Munition, ne? Hast du auch null? Nein. Hast du Munition gekriegt? Ja. Wo hast du die gefunden? Keine Ahnung. Ich habe 18. Ich habe gar keine. Ey, schieb mich nicht! Da steht doch einer vor der Tür, da schiebt er mich einfach ab. Ich habe jetzt auch Munition. Hier war welche. Oh, 70. Na dann, würde ich sagen. Kommt her, Freunde. Au, 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 au! Äh, äh, äh! Oua, aua! Da kommt noch einer! Oh, hier ist einer neben dir! Ah! Au! Das habe ich nicht gesehen! Oh, zu schnell! Oh, ich brauche mal eine Binde. Ich habe noch 26. Achso, habe ich ja auf 7. Oh. So, ich heile langsam wieder. So. Hast du alles? Ja. Alle tot. Das ist geil. Hast du endlich... Levelaufstieg? Nein. Das ist nicht geil. Warum? Du bist doch der Horst. Du musst doch langsam mal... Er weiß. Ne, das verstehe ich jetzt nicht. Ganz ehrlich. Hinter dem Haus ist noch einer, ne? Obligion. Du? Müsste. Da oben. Ja, aber nicht für die Waffe, sondern für die Pistole. Ne, hier, beim Panzer. Achso. Den habe ich auch noch nicht. Oh, jetzt habe ich geschossen. Beim Panzer gibt es auch Munition. Ne, hier, bei den Typen. Ach, da liegt einer! Ja. Ja, im Waldes. Den habe ich gar nicht gesehen. Ist da im Auto was drin? Da ist leer. Da ist nix. Da auch nicht. Da rein. Warte mal, ich gucke mal. Ja, 65... Ach, 85 Schuss mit dem Magazin. Und hier habe ich 16. Aber Pistole habe ich deutlich mehr. Da habe ich fast 200. Also mit dem, was im Magazin ist, ne? Ja. Habe ich auch. So. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Da. Hier oben. Das sieht wie so eine Bunkeranlage aus. Die gucken wir uns mal noch nicht an. Wir gehen erstmal, glaube ich, in den nächsten Ort. Was meinst du? Ich gucke hier gerade auf der Karte. Hier ist so ein kleiner Hügel. Und das sieht mir nach dem Bunker aus. Okay. Wie konntest du das mit dem Schalldämpfer? Warte mal gleich. Ich mache einen Wegpunkt. Das ist eigentlich ganz einfach. Du gehst auf, drückst auf I, nimmst den Schalldämpfer und ziehst ihn auf die Waffe, wo er raufpasst. Das steht denn da. Meiner passt denn nur auf Haustwaffe. Ach, Jadgewehr. Das ist doof. Ja. So. Und ich glaube, das Radio braucht man, wenn man Ressourcen hat. Das glaube ich auch. Das sieht schön aus mit den Ästen, ne? Das hat was. Mal gucken, was auf was... Auch der Baum hier, das gefällt mir. Mal gucken, was das Spiel noch so an Überraschungen für uns bereithält. Ist ja noch früh am Tag. Hast du morgen frei oder Frühschicht? Frei. Was? Warum hast du frei? Weil ich gestern, ne, vorgestern einen neun-Stunden-Dienst gemacht habe. Ach so, deswegen warst du gestern, warst du die Tage auch so ruhig. Weil du einfach viel gearbeitet hast. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Ich denke, was ist denn mit dem Sebi? Dann schreibt der mich immer an und deswegen habe ich dir gestern zugewunken. Das ist schön. AKO? Ja, glaube ich dir. Ich hatte Schmerzen. Musste arbeiten. Und du hast deine Pollen quälen dich, ne? Das auch. Meine Allergietabletten, die ich gekriegt habe, die hebe ich aber auf, ne? Weil ich habe jetzt keine Pollen mehr. Ich hatte mich infiziert. Der hat sich geehrt. Das war eine leichte Erkältung. Aber er hat mir ja was anderes noch dazu verschrieben und das hat ja geholfen, der Arzt. Sonst hätte ich ja jetzt wieder was mit, ne? Also, das hat man ja nicht nur einmal und dann nie wieder. Eine Allergie hat man, wenn man eine Allergie hat, ne? Richtig. Guck mal, Strommasten, kennst du das noch so? Ja. Aber weißt du was? Normalerweise, ne, ist das Kabel nicht unterbrochen und normalerweise, ne, hängt das da an dem weißen Isolator dran. Jetzt, wo du es sagst. Ja, ich bin pinchidrig. Immer. Ich habe eine Möller-PP. Und was hast du? Oh, guck. Eine Möller-PP? Ja, guck dir mal die Steinmauer an. Die ist hübsch. Das ist so detailreich. Ja, das ist schön. Teilweise, ne? Und auch der Boden hier. Die Blätter. Jetzt, jetzt, jetzt legt die Enginen aber los hier, ne? Zu Beginn war das noch so karg, ne? Ja. Jetzt kann ich auch verstehen, dass die anderen so begeistert waren davon. Ich denke, dass, ja, in YouTube sieht man das halt nicht so. Hier sind bestimmt, da ist schon ein Freund. Vorsicht, Freund, 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 Freund. Wir müssen gucken. Einer geht da. Da noch einer. Warte mal, wir ducken uns mal und nehmen mal unser Fernglas. Vier. So, und dann, wenn du das Mausrad drehst, dann kannst du noch zoomen. Da ist einer. Der patrouilliert auf dem Hof. Seh nix. Also, wenn du jetzt ganz nach links guckst, da ist so eine kleine Hütte, so eine, mit zwei Türen, so ein Schuppen. Der ist jetzt verschwunden, aber da, da, da geht er jetzt vor der Scheune oder was das ist. Das ist Nummer eins, Nummer zwei. Sind hier nur zwei? Kann ich gar nicht glauben, glaubst du das? Drei. Drei, ne? Drei. Oder? Ne, das sind die beiden. Na gut. Pistole. Ich würde auch sagen, wir gehen, oh, er hat mich schon gesehen, wir gehen mal gebückt. Irgendwie von der Seite, ne? Oh, ist das schön hier. Das ist, so sehen auch die Häuser aus. Ich bin, ich will nachschwimmen. Das machen wir. Das plane ich mal. Dies Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr vielleicht, ne? Wir müssen das ja dann auch synchronisieren. Wenn wir da eine Woche hin verreisen, musst du ja auch Zeit haben und dürfen. Schuppen. Ah, ich bin weg. Du, bist du in den Kampf eingetreten? Ah, jetzt kommst du zu mir. Tür zu. Tür zu? So? Soll ich so tun? Ah! Da klopft ja eine Tür. Als ob ich nichts treffe hier. Ah, jetzt. 43. Oah, aua. Au! Weg! Du bist aber noch im Schuppen, ne? Oh, bei dir ist ein Totenmann-Dings drauf. Heil dich mal. Ich pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Ich halte deinen Rücken frei. Ich hab mir die auf sieben gelegt. Den musst du einmal abbeißen. Oh Gott. Hab ich nicht gesehen. Der war noch nicht ganz kaputt, aber jetzt. Ich hab puttemacht. Oh, da ist noch eine. Oh, da war noch eine. Munition. Man muss die aber auch looten. Man braucht die Munition, ne? Oh ja. Ich kann den nicht looten jetzt. Wir kriegen aber auch nur Pistolen-Munition von denen, ne? Bisher schon. Hier ist so ein oller Behälter, den ich aufgesammelt hab. Warum auch immer. Hier liegt ne Waffe. Warum hast du die jetzt genommen? Hä? Da liegt keiner. Bei mir lag hier ne Waffe. Und dann war sie weg. Ich hab dir das Leben gerettet. Du hättest sie mir wenigstens an. Das war wahrscheinlich die Munition. Die du aufgesammelt hast. Du hast Munition aufgesammelt. Und dann ging das weg. Nimm mich an. Du hast dich immer noch nicht geheilt, ne? Doch. Du hast ein rotes Totending bei mir. Wie viel Lebensenergie hast du noch? 56. Warum ist denn bei mir ein... Oder bedeutet das, dass sich noch einer auf den Kieker hat? Ich bin hier ins Haus gegangen, ne? Das Fernsehprogramm fällt aus heute. Was? Nicht? Oh nein, der Fernseher. Hier sind Medi-Packs drin gewesen für mich. Mal gucken, was... Was du saust, mal gucken. Was für dich da drinne ist. Oh, geil. Auch Medi-Packs? Ja. Mein Klappsimmer. Tür zu. Mein Schlafzimmer. Ich tanze auf dem Bett. Das finde ich wirklich... ...komisch. Hallo? Ach, das ist ja noch ein Schlafzimmer. Auch mein Schlafzimmer. Aus. Geh weg. Alles meins hier. So. Das hat ja noch ein Haus... Etagen-Dings oben, ne? Ja. Haben wir jetzt hier alles durchsucht? Ja, ich glaube. Ich hoffe es. Halt. Hier. Bist du bei mir? Kommst du zu mir? Warte, 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 warte. Drücke E. Hörst du was? Hörst du was? Ruhst Johnny in der Kirche an und schau, ob er dich mitnehmen kann. Er weiß, dass Papa nicht mehr fahren kann oder so. Das ist in Schwedisch. Ich will nach Schweden. Und ich werde mich bei denen beschweren. Die sollen sich an den Reisekosten beteiligen. Die haben Schuld, dass ich wieder los... Das war so schön da immer. So entspannt. Man konnte sich so viele Sachen angucken. Ja, wir sind immer mit Fahrrädern hingefahren. Wir haben immer Fahrradtouren gemacht. Das war noch vor uns... Oh. Vor deiner Zeit. Hier ist aber nichts, ne? Position. Warum ist bei dir immer ein Totenkopf? Das ist mir verwirrt. Dietrich und ein Medipack habe ich. War das hier in dem Rucksack auf dem Holzding? Ja. Ich finde das Haus auch schön. Ich möchte so ein Haus haben. Baby, ich möchte so ein Haus. Du darfst oben wohnen. Ich wohne unten. Hier ist meine Stube. Da ist die Küche. Da reiße ich die Wand raus. Das wird dann mein Schlaf- und Aufnahmezimmer. Und hier ist unser Esszimmer. Und du hast das reich für dich oben. Aber ich habe hier kein Klo, ne? Dann komme ich immer zu dir, kacken. Genau. So, das haben wir durchsucht. Hier kommen wir nicht rein in die Garage, ne? Ja, hier ist ja noch Auto. Nix drin. Oh. Alle, alle. Nix drin. Ich gehe andere Tür. Du kannst da überall reingucken, ne? Das ist cool. Ja. Hier ist nix. Oh, hier ist was. Oh. Oh. Wenn ich so ne Geräusche von mir gebe, dann weißt du, ich habe was Schönes gefunden. Oh. Ich habe ein Stroboskop. Ich habe ein Zielfernrohr. Zielfernrohr für. Kann ich das dann nehmen? Tatsächlich. Ich habe sogar noch ein Zielfernrohr. Ich habe zwei Zielfernrohr. Weil es passt nirgendwo. Warte mal. Ich habe ein Zielfernrohr. Für was ist das? Für Flinten. Na, schade. Du hast ja keine Flinte, ne? Dann war noch ein Zielfernrohr für die. Für die. Let's gucken wir mal. Guck mal, dass es ganz kaputt ist. Das ist ganz kaputt. Da sind Kratzers drin. Kratzers. Hä? Warum kannst du das da aufmachen? Nee, weil ich zwei Zielfernrohr gefunden habe. Das ist halt eben manchmal so. Hier müsste aber was in der Scheune sein. Ich kann mich erinnern. Hier muss doch Loot sein. Ich kann mich erinnern. Ah ja. Loot! Heißt du, wo? Hier ist ein, für mich, ist hier ein Schalldämpfer drin für Jagdgewehre. Warte mal. Jagdgewehre? Alle. Hä? Warte mal. Ach so. Irgendwann mein... Nee, ich habe kein Jagdgewehr. Ich denke mal, das Zielfernrohr und das ist... Da brauche ich dann ein richtiges Gewehr. Ich habe schon wieder ein Schalldämpfer für Gewehr. Für Jagdgewehr oder für Gewehr? Für Gewehr. Hier ist noch oben was. Erste Hilfe und noch eine Jacke. Hier ist auch noch ein Rucksack. Noch eine Taschenlampe. Vielleicht sind das ja auch Batterien oder so. Kann das sein? Erste Hilfesetz kriegen wir hier ausreichend, ne? Ach hier. Was ist das? Ich glaube, wir kriegen wieder Besuch. Ach nee. Der Weg nach Saltham. Finde den Weg zum Dorf Saltham. Bist du verrückt? Äh. Du Schwein. Ohne Anfündigung. Das sah gut aus. Sowas macht man nicht. Was ist denn das? Äh. Äh. Was ist das hier? Eine Pumpgun-Kaliber 12. Jetzt habe ich zwei. Braucht man zwei davon? Es ist durch. Ich habe jetzt zwei Pumpgun. Hier unten ist eine Waffenkiste, wo ich bin. Da. Vielleicht ist ja für dich da ein Gewehr drin. Schalldäpfer. Nein! Warte mal. Jawoll. Pass mal auf. Wo bist du? Ich habe eine Pumpgun mit dem Zielfernrohr. Als ob. Das macht total Sinn. Klar. Unterscheiden die sich denn? Kann man denn irgendwas? Ach, da gibt es Schadenfeuerrate. Die ist aber bei beiden gleich. Also nimmt sich eigentlich gar nichts. Komisch, komisch, ne? Ich habe jetzt noch drei Plätze frei. Aber ich kann ja Radios wegwerfen. Die muss man ja nicht aufheben, ne? So, jetzt haben wir das durchgesucht. Wie sollten jetzt? Haben wir denn irgendwo ein Ziel? Saltem ist da hinten. Also wir gucken uns jetzt hier noch durch und dann gehen wir mal zum Hügel da oben, wa? Macht Laune, ne? Ja. Ja gut, noch ist auch alles neu für uns. Guck mal, das Haus da drüben, das haben wir nicht durchsucht, ne? Das kleine da, ne? Hier waren wir noch nicht drin, ne? Und ein Schuppen ist da. Ah, da ist nur Holz. Okay.